Hi, schön, dass du da bist. Die Fragestellung dieses Videos lautet, was ist Radioaktivität? Als Vorwissen solltest du über Kenntnisse zum Bohrschen Atommodell verfügen. Kenntnisse zum Periodensystem sind ebenfalls hilfreich. Auch hierzu gibt es ein Video. In dem Video zum Bohrschen Atommodell hatten wir gelernt, dass das Atom aus einem Kern und einer Hülle besteht. Es gibt nun zahlreiche Atome, die nicht stabil sind. Diese Atome haben die Eigenschaft, über die Zeit zu zerfallen. Hierbei wandelt sich der Atomkern von selbst ohne eine äußere Einwirkung in einen anderen Atomkern um. Man sagt statt Atomkern auch häufig Nuklid. Die Eigenschaft eines Nuklids zu zerfallen, bezeichnet man als radioaktiv. Beim Zerfall des Nuklids wird radioaktive Strahlung frei. Warum zerfallen denn nun Atomkerne? Dies kann im Wesentlichen zwei Ursachen haben. Zum einen kann eine Ursache des Zerfalls eine zu große Masse des Atoms sein. Was ja gleichzusetzen ist mit einer großen Masse des Atomkerns. Wenn also ein Atomkern zu viel Masse hat, dann zerfällt der Atomkern so lange, bis er einen stabilen Zustand erreicht hat. Dies trifft für alle Atome zu, die eine Massenzahl über 209 haben. Zum anderen kann eine Ursache für den Zerfall ein ungünstiges Verhältnis von Neutron und Proton sein. Entsprechend zerfällt der Kern so, dass das Verhältnis der beiden Kernteilchen wieder einen stabilen Zustand erreicht. In welchen Fällen passiert nun sowas? Dazu muss ich etwas ausholen. Das Periodensystem bildet nicht alle Atome eines Elements ab. Das heißt, es gibt zum Beispiel verschiedene Sorten von Wasserstoff und nicht nur das, das wir im Periodensystem auch sehen. Also, im Periodensystem steht Wasserstoff mit der Ordnungszahl 1 und der Masse 1. Das heißt, es verfügt über ein Proton im Kern. Es bestehen aber noch zwei weitere Arten des Wasserstoffs. Man sagt auch Isotope. Das eine Isotop von Wasserstoff heißt Deuterium und das andere nennt sich Tritium. Isotope sind Atome oder besser Nuklide mit gleicher Ordnungszahl. Aufgrund der gleichen Ordnungszahl würden Isotope an derselben Stelle im Periodensystem stehen. Isotope eines Elements unterscheiden sich lediglich in ihrer Massenzahl. Die chemischen Eigenschaften sind meist ähnlich. Als Isotop von Wasserstoff haben Deuterium und Tritium, wie eben Wasserstoff auch, ein Proton im Kern. Den Unterschied macht die Neutronenanzahl im Kern. Deuterium hat ein zusätzliches Neutron im Kern, während Tritium sogar zwei Neutronen im Kern hat. Durch die zusätzlichen Neutronen sind diese beiden Wasserstoffe natürlich auch schwerer. Man nennt sie daher auch schweren Wasserstoff bzw. überschweren Wasserstoff. Tritium ist nun ein Beispiel für ein Atom, bei dem das Verhältnis von Neutron zu Proton ungünstig ist. Der Zustand des Wasserstoffisotops Tritium ist also nicht stabil. Es zerfällt unter Aussendung von radioaktiver Strahlung. Fast jedes natürlich vorkommende Element, wie zum Beispiel Wasserstoff, verfügt über ein oder manche stabile Isotope. Die übrigen Isotope eines Elements sind dann eben instabil und damit radioaktiv. Okay, bis hierhin weißt du nun, dass Nuklide zerfallen können und der Zerfall mit Strahlung verbunden ist. Wenn du noch unsicher sein solltest, dann könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder jemanden fragen, der dir helfen kann. In diesem Video ist noch offen geblieben, wie der Zerfall nun eigentlich abläuft. Dies erfährst du im nächsten Video über den Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfall. Auch lernst du die Nuklidkarte kennen, wo du weitere Isotope kennenlernst.